Kannst du halt sicher ein und checkst du dir auf deinen Anwalt und sagst du das verheißt, dein Fahrzeug. Verheißt du sowieso? Ich brauche ja nie wieder. Die sollst du einfach auswählen? Ja, würd ich machen. Kannst du dein Auto kennzeichnen oder so? Ich krieg dir mal ein neues. Na, warte ich vielleicht noch das kleine Wissen. Und ich vorschläge. Kommt da wieder nur Scheiße bei. Autogamlampe! Waren von den ersten Lehrer! Aho... Hohoho! Boah! Wir sehen uns beim nächsten Mal, dass wir hier ein paar Warten sehen können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute. Das hat bis zu 5 Minuten dauert. Hast du jetzt schon Fisch gefangen? Ja. War der erste? Ja. Hat verhandelt. Die letzte. Die Blei noch ein bisschen weiter auseinander schieben wahrscheinlich. Mach mal Felix. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.